Die Mittel-Ist-Bistu ist ein sieben Etappenrennen, das in Irkanien beginnt, durch Ägypten führt, durch Israel und durch Palästina. Und die Mittel-Ist-Bistu ist auch das erste Sportevent der Welt für Frieden. Die Mittel-Ist-Bistu ist ein sieben Etappen. Die Mittel-Ist-Bistu ist ein sehr schönes Event. Ich denke, es ist ein tolles Event, dass sie das begonnen haben. Untertitelung des ZDF, 2020